Spike plantet Nice! Cooler! Oh mein Gott! What? Wow! Was? Das Ding ist aber auch, du kannst innerhalb ein paar Monaten ein cleanes Aim schon aufbauen. Nicht cleanes Aim, aber einigermaßen gutes Aim. Aim kannst du viel schneller trainieren als sowas wie Gamesense, Decision Making und sowas. Das ist alles Erfahrung. Und diese Erfahrung kriegst du nicht in ein paar Monaten. Das ist ein Prozess von mehreren Jahren, wo du richtig smart wirst. Nur Brain? Shoot yo! Wie nur Brain? Aber eigentlich mein Brain ist krass, ja. Aber nur weil ich halt schon die ganze Zeit sowas wie CS gespielt habe und sowas. Und mein Aim, das muss ich auch zugeben, ist ein bisschen eingerostet geworden. Weil ich jetzt schon mehrere Monate keinen Callbacks mehr gespielt habe. Ich bin dahinter. Ich bin dahinter. Ich bin dahinter. Ich bin dahinter. Was ist droppend? Ich kann Spawn-Doff mit töten. Ah doch, Ping-Move removed, sorry. Gut war. Ist okay. Der will auch nicht umfallen, ne? Ich wäre ready gewesen. Was willst du von mir? Dass du immer legen gehst? Dass du dich einfach für Line-Up schwingen kannst? Ja. Ja, 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 ja. Aber eigentlich bist du so auf ekelhaft. Ah, du willst dich selber rausflashen? Ja, die sind. Ey. Okay. Oh, wie eine Krabbelagglock. Ich schreib halt auch gar keinen Bock mehr. Nice. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist Eis. MMP ist trash? Okay. Einer schreibt hier gerade rein, MMP ist trash. Und er schreibt andere, äh, drei Tore MMP. Okay, cool. Thank you, thank you, thank you. Ich nehme den Orb. Let's take Orb, guys. I will ulti. We can win this round. Why pass here? Let's go, run towards B. Okay. And I will ulti now. Oh, Killer. I'm watching bitch. One enemy remaining. Last mine is hitting. Last mine is hitting. Hast du mir eine Welle? Äh, ich schaffe es nicht. Ne, ich schaffe es nicht. Das macht keinen Sinn. Nein, 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 nein. Es ist zu weit. Ich habe es mitbekommen. MMP hat innerhalb 1-2 Minuten 2 Tore gemacht, wa? Das ist schon crazy. Drück mal Tap meine Session, weil ich nicht mehr... Der ist immer Out auf Map, jedes Mal auf Line-Up. Alles nach Ackern, der Mann ist so am chillen. Unter den Palmen. Unter den Palmen. Der ist ja am chillen, der Mann. Es macht so keinen Spaß, Mann. Dock shit, das Game. Das Game ist Dock shit. Geil. I'm going for Ulti now. Na klar, schau doch. Das ist ein BAM. 140 Alter, komm schon. Kannst nichts machen, Bro. Ich habe mein Ulti jetzt. Sehr, sehr geil. Wir müssen uns auf Cipher-Traps schauen, Leute. Wir müssen uns auf Cipher-Traps schauen, Leute. Wir müssen uns auf Cipher-Traps schauen. Was, Digga? Haben Sie schön gespielt? Ulti runter machen, damit sie denken, ich will wieder auf Line-Ups. Ja, das ist so smart. Ich wusste gar nicht, dass du sowas kannst, Sammy. Alles gut, alles gut. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Mach du dein Ding, die Runde ist froh. Digga, ich will Pop and Swing. Der Gassai verkauft nicht wirklich das ganze Wandel, ne? Chronic ist einfach so reich. Ja, dieses komische neue Eiswandel da. Ich hab das auch. Alles zu kaufen, das heißt, du hast diese komischen Streitkolben geholt. Ja, ich hab ganz Wandel geschütten, ja. Ach so, war drohen uns hier, können wir es sneaken? City? Ja, zwei dahinter. Jet ist hoch, jet ist hoch. Ich hab so schön gespielt, 1 HP, 1 HP. Digga, ich hab so schön gespielt. 1 HP. Nice. Oh mein Gott. Aber schön, Digga. 8-4, sehr, sehr geil. Können wir darüber reden, über diesen One-Tap? Den ich gegeben hab? War schon saftig, schmalhaftig. Einen Raum. Mal mehr Viper. Mal mehr Viper. Mal mehr Viper. One, two, one, one! Default! I hope you have two Poises. Nice, I dunno, unknown. Spike down A. Schade, schade. Passier, passier, passier. What shot was from cube? Oh mein Gott, das ist voll die schöne Stimme, oh mein Gott, Ashley, danke. Ja! Fokus, z France! 1, 2, 2, 1. Du bist so gut, Mann! Auf gehts, Digga! Willst du das Game gewinnen? Ja, natürlich! Und wie ich das gewinnen will! Und wie ich das gewinnen will! Oh, das ist schlecht! Double Down! Der Jumps hat zu lange gedauert. Fk! Und Jet will irgendwie auch nicht down gehen in der Smoke. Bomb ist open! Zeig mir warum du schon 1 Radiant bist! Viel zu laut nicht. Bist du viel zu laut, oder was? Ja, das machen wir mal wieder gesagt. Wer hat das gesagt? Meine Mann. Bist du viel zu laut? 300. Boah, Digga, was ne Lobby, Bro. Warum heißt der Loloschka? Das ist doch Never, ne? Ist er am Stream, oder was? Vielleicht ist es sein Smurf, weil er ist jetzt einfach im O3. 1,3 KrR oder so, ne? 1318, ja. Es ist so verjunked. Das ist klar, der will wahrscheinlich das halten, 1,3. Den wird wahrscheinlich eh niemand mehr da runterholen. Auch in 20 Tagen glaube ich das niemals. Weil du mittlerweile auch bei so einer MMR so viel Minus bekommst. Das ist so verjunked. Untertitelung des ZDF, 2020